Wir befinden uns in einem 60er-Jahre-Diner und versuchen, die besten Burger zu kreieren. Du hast gewonnen, wenn du die meisten Zutatenkarten gesammelt hast. Die Zutatenkarten werden einmal gemischt und unter euch gleichmäßig aufgeteilt. Die Tellerunterlage kommt in die Mitte des Tisches und der Burgerband auch, und zwar gut für euch erreichbar. Wer zuletzt ein Burger gegessen hat, beginnt das Spiel. Bist du am Zug, deckst du die oberste Karte deines Stapels von dir weg auf, und zwar auf die Tellerunterlage. Danach ist die nächste Person im Uhrzeigersinn dran und danach die nächste wieder. Solange, bis einer von euch der Meinung ist, dass ein Standard-Burger oder ein Big Burger kreiert wurde. Einen Standard-Burger habt ihr, wenn ihr von jeder Zutat mindestens zwei habt. Das zeige ich euch gerade mal. Und zwar haben wir hier zwei Käse, zwei Tomaten, zwei Salate und in dem Fall sogar drei Patties. Einen Big Burger habt ihr, in dem ihr mindestens sieben von einer Zutat im Burger habt. Es ist auch vollkommen egal, wie viele Zutaten ihr von den anderen drin habt. Und die Soßen könnt ihr in der Standardversion erstmal ignorieren. Bist du der Meinung, dass entweder ein Standard- oder ein Big Burger kreiert wurde, schnappst du dir vor den anderen ganz schnell den Burger-Bun und tust ihn auf die Zutatenkarten. Wichtig dabei ist, dass du jetzt noch ansagst, ist es ein Standard-Burger oder ein Big Burger. Glauben dir alle, dass du den richtigen Burger kreiert hast, schnappst du dir die Karten und tust sie unter deinen Stapel. Falls nicht, muss dies ausgerufen werden. Die erste Person, die das tut, ist dann die anzweifelnde Person. Dann werden die Karten offen ausgelegt und geprüft. Ihr packt den Burger-Bun weg und legt die Karten offen für euch aus. Jetzt schauen wir gemeinsam, ob ich richtig liege. Wenn ja, bekomme ich alle Karten und die anzweifelnde Person muss mir zwei von den eigenen Karten geben. Falls ich falsch war, muss ich zwei Karten geben und auch noch die ausliegenden Karten. Die Person, die die Karten bekommen hat, beginnt auch die nächste Runde. Das Spiel endet, wenn eine Person am Ende der Runde keine Karten mehr hat. Dann schaut er, wer die meisten Karten hat und die Person gewinnt. Ihr kriegt nicht genug von Burger-Slam? Dann könnt ihr unsere Profi-Variante ausprobieren mit Sonderkarten und noch mehr Herausforderungen.